Nachdem Sahin aus Malta vertrieben worden ist, formieren Morgan und seine Männer sich neu und bereiten sich darauf vor, die überlebenden Osmanen aus ihren Lagern zu verjagen. Wir müssen nicht kämpfen, Franzose. Zweifelst du nie an törichten Befehlen? Warum nennst du mich so? Ich bin Schotten. Ihr Europäer seid doch alle gleich. Öffne endlich deine Augen, Morgan, oder du und dein lächerlicher Orden werdet keine Zukunft mehr haben. Sehr gut, Morgan. Die Türken verstecken sich in den Höhlen im Osten. Wenn wir jetzt angreifen, können wir sie von Malta vertreiben. Nichts wäre mir lieber als das, Mylord. Ihr da kommt mit mir. Holt die Bombarde. In die Höhlen. Sir, wir werden aus dem Osten angegriffen. Wir können nicht länger standhalten. Ständig wird hier geballert. Bring die Bomtar nach vorne. sûr. Erwett. Plopp, ging die weg. Gut gemacht. Die Osmanen verstecken Waffen und Vorräte in den Höhlen im Osten. Wir müssen sie von dort vertreiben. Zerstören sie die Waffenlager der Osmanen. Sir, das Lager ist zu schwach, um gegen eine Janitscharen-Armee zu kämpfen. Wir müssen eine Geschützgießerei bauen und Ringschleuderer ausbilden. Sie wissen, wie man mit Janitscharen fertig wird. Recht. Hände. Recht. Ich wollte. Ich wollte. Schau. Kommandermann. Was macht das? Angriffsstärke von Außenposten erhöht. Außenposten schaden an Fern... Schaden von Fernangriffen plus 50%. Achso, das ist ein Upgrade für die Außenposten an sich. Ready, die Mänerzau. Kommandermann. 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 Signalfeuer, wenn man mit Mähren spielt. Alle Militärinheiten werden an eine Stelle auf die Karte geschickt. Aber irgendwie hakt es ein bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also beim Scrollen vor allen Dingen merkt man es so ein bisschen. Aber es ist ja bis zum 15. noch ein bisschen Zeit. Obwohl es gab jetzt auch schon eine Close Beta zum Zocken. Halt Multiplayer orientiert. Einige Schätze in diesem Gebiet werden bewacht. Wir müssen die Wachen ausschalten, um sie zu erbeuten. Ich bin ein Jäscherl. Wir sind zu uns. Ich bin ein Tekscher. Gut gemacht. Schau, die Mission. Dritter von Malta. Die brennende Ringe auf Janitscharen steudern. Sie sind bereit. Und recht. Im Regen. Schasherl, wir gehen zu es. Patrouilliert der ganz alleine da rum. Lass diese Gefangenen frei! Kommandinen? 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 Ich meine so. Kommandinen? Und mal ein bisschen Holz. Holen wir eben die Leute da oben raus. Wenn ihr mal so wärt wie Warcraft verhidden. Da würde ich auch mehr aushalten als das. Kommandant. 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 Muss ja auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Ist ja schon Ewigkeiten her wieder ey. Egal. 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 Es soll acht Waffenlager geben auf der Karte. Deterdell, Schauk, Khamajashal! Riausi! Kommandant Tilljärr! Kommand I-Wall! Yes! Hiya, Tilljärr! Yes, Tilljärr! Yes? Wie die frühe Wirtschaft die Weiterentwicklung ermöglicht es Rohstoffe gegeneinander auszutauschen. Und den Markt hab ich bis jetzt noch nicht gebaut. Furcht! Ja, ich meine so. Ja! Ich meine so. Ich freue mich aber spät. Gattersäge, schneller Abbau von Holz. Einmal statt Chipsladung bei diesem Gebäude abliefern. Nein. Ach, verdammt, Hark, ich habe meinen Hafen gar nicht gesehen. Ich sollte lieber die ganze Zeit Siedler produzieren. Ja, richtig. Komm schon, der Metaillier. Ready. Rangnobstärke von Dorfbewohner erhöhen. Überrock. Lebenspunkte der Dorfbewohner erhöhen. Heil? Ja. Immerso. Da hat der Marktplatz immer als vorgezogenes Ziel. Also, dass die da von da die Rohstoffe dann einsammeln, beziehungsweise dahin bringen. Guten Abend, Lemmings Ei. Weil beim Teil davor hast du ja, sag ich mal noch, das Camp gebaut für Holzfällerei und das Camp für, äh, Berg. Also, beziehungsweise für alles, was Erze oder Stein oder Gold war. Jetzt habe ich Erze erfunden, die es gar nicht gibt. Probieren, lieber studieren. Ich glaube schon, dass es so war in dem Teil. Komm schon, dass es so war in dem Teil. Gib kein Lager. Verflucht nochmal. Achso, es wird alles sofort eingelagert. Die laufen nicht mehr zurück zur, ähm, zum Hauptding, ne? Das war die Geschichte in dem Teil. Hi. Ich bin direkt heute auch. Merkwürdig. Diese Entscheidung. Merkwürdig. Diese Entscheidung. Die Kanone ist doch nicht overpowered. Die Kanone ist normal. Schau. Normal overpowered. Heil, Forster. Ach, das sind... Naja, Silber und Goldminen, ne? Und dadurch kann ich halt aus dem Bodenschätzen Gold generieren. Jaja, so langsam dämmert's mir auch wieder. Bollt die Natur aus. Bollt die Natur aus. Ich glaube das Problem waren wirklich nicht die Partikelfilter, es hat einfach nur so ein bisschen gehangen zwischendurch. Für der Shader. Ciao! Die Mission! Posit! Scheschul! Päwitz! 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 Tatordale! Gebar! Päwitz! Jetzt! Jaaaa! Ich wollte nie mehr so! Och! Ich denke, ja... Ah, das ist mir. Está gleich Einsch � seus, drei animationen. Also, Päwitz! Und der Mörser, zerstört er das Gebäude? Du 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 hey, Gott kann sie Du, du 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 Du, du 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 Du, du du Du, du Du, du Du, du All right! Became to us. Shusho. Ama takes your bar. Hozu. Shauch. Oh! Ready. I mean so. Later there. Demission. Amateksher. Shauch. Demission. Became to you see. Ready. For a seat. You only have enough of the more available to us. You are missy! In the afternoon. Way to go. Bye! I will fly. And then get ready. The mission. Shauch, I will fly. I will fly. A powerful. The mission. The mission. He will fly. Shauch, Amateksher. Shauch, cauch, cauch. Ja, ich bin der Barsch. Ich bin gerade nicht so, ob die physikalischen Effekte reduziert wurden. Ich weiß, damals saß ich davor und hab gedacht, boah, das ist ja Hammer. Weil wurde ja jede Kugel richtig berechnet, irgendwie, wie die durch dieses Haus schlägt. Gefühlt. Mein jüngeres Ich hat so gedacht. Die Waffenlager müssen dort drinnen sein. Lasst uns diese Höhlen säubern. Zerstört alle Waffenlager, die ihr findet. Regenfreude. So, Tartt, I'm a jeshal. Be can't you hustle. Be machine. Hurry up, see you. Rejoomed. Yes? Yes, gather up. Jator there. Schach, I'm a jeshal. Hazır. Evet. Hazır. İleri marz. Da fliegt die Flagge weg. Lass mich raten, nur Helden können Sachen aufsammeln. Lass mich raten, nur Helden, nur er hier, nur Morgan Black, Sachen auf dem Boden anfassen. Ja, komm her. Ready? Soon. Schauk, ich habe dich. Demission, ich habe die Mission. Leon, ja, ich meine so. Das ist aber bestimmt auch ein Waffenlager. Wir haben weitere Gefangene gefunden. Viehstall. Das ist auch fast wie ein Waffenlager. Für Josman. Kommandament? Ja. Ich meine so. Leon. Ich bitte. Tom Amnir. Over! Ja, richtig. Hochster. Vorster. Vorster. Wie ist das? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Entschenko. Auf! Entschenko! Wow. Sie sind bereit. Sie sind bereit. Ja. Ja, ich bin. Schalk, kommen wir schon. Over! Möglich! Ja! Commanderment? Ich bin hier. Ja! Ja, Commanderment? Ja, Ja! Ich bin hier. Und das nächste direkt. Bleiben wir aber ziemlich in den Höhlen einfach. Kommandiment? Recht. 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 Kommandiment. Ihr meinen so? Juhl, advanced! Ready. Kämpft euch mal durch. Wir müssen alle diese Wartenlager zerstören. Versuch die Wache kann man irgendwie in die Luft zu sprengen. Oh, das ist ja hübsch. Wie Feuerwerk. Richtig, das Spiel ist ne fette 10, weil es geschichtlich ist. Nein, nicht weil es geschichtlich ist, sondern weil es ein bisschen Kindheitserinnerungen sind. Obwohl bei Age of Empires 3 war ich schon wieder so klein. Da war ich ja schon erwachsen. Das ist schon wieder ganz nett, dass du für 19 Euro einen gut überarbeiteten Age of Empires teilkriegst. Obwohl der erste Teil noch die schwächste überarbeitete Version war, weil einfach die Wegfindung die Hölle war damals. Und bei Age of Empires 3 teilen sich so die Gemüter. Viele finden das ist wirklich ein Underrated Teil. Aber viele sagen auch, dass AOE 2 halt einfach der beste Teil war. Und AOE 3 einfach ne Physikspielerei war damals. Ping, 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 ping. Auch Menno, ich darf die der restlichen Osmanen gar nicht mehr befrieden. Pfff! Alan, seht! Die letzte Explosion hat einen Tunnel geöffnet. Das also wollten die Osmanen wirklich auf Malta. Eine in Stein gemeißelte Bibliothek. Sehr alt. Diese Schrift hat der Zirkel von Ossus hinterlassen. Wer sind sie? Ein Geheimbund. Manche behaupten, sie seien die mächtigsten Männer Europas. Andere meinen, es handele sich bloß um Wissenschaftler und Alchemisten. Sie sind auf der Suche nach dem ewigen Leben. Die Inschrift erwähnt den Mondsee. Einen Ort, den nur die Azteken kennen. Amerika Sive Nobi Orbis. Ihr müsst für mich in die neue Welt aufbrechen morgen. Was? Über das ozeanische Meer? Sahin und die Osmanen sind unterwegs. Besiegt sie und findet diesen See. Die Zukunft des Ordens hängt von eurem Erfolg ab. Ihr segelt mit der Flut. Wir senden euch Rohstoffe und Truppen, wenn ihr dort seid. Und wir stellen euch an die Aztekennenden und Anhalte. Besuch es auch sehr gut. VaIND Didierer hat der Flut. Das ist ein Hochstand. Aufgeben uns zu. Ich bin ja noch nicht. Vielen Dank.